Ja, das ist der 101. Videoblog aus dem Realitystudio und das ist der Tim und das ist der Tom. Wir hatten einen Tachter auf der Tür und da war der Pastor da und hat das Studio gesegnet und jetzt sind wir heilig. Und in Folge dessen haben wir folgendes nettes Geschenk bekommen. Sim, wo ist das Geschenk? Hier ist das Geschenk. Würde ich gerne mal filmen. Vielleicht kann man erkennen, was drauf ist. Oh, ein schönes Bild. Ein schönes Geschenk. Danke. Und er hat dann einfach das Studio gesegnet. Tim. Ja, ist so. Das ist wirklich wahr. Können wir euch jetzt mal abgucken. Guter Gott, im Vertrauen auf deine Gegenwart haben wir uns getroffen heute Nachmittag, denn du hast uns durch Jesus deinen Sohn zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, ich hab's geil gemacht und gewöhnlich, aber ich hab den Tore gefreut. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne. Essen oder so. Es ist großartig. Super. Vielen, vielen Dank. Tschüss. 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 Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Du bleibst hier. Tschüss. 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 Tschüss.